Stadtradeln 2018 Stadtradeln 2018 Das heißt neue Ideen, neue Impulse und noch mehr Fahrten. Wir fahren jetzt heute in Richtung Stahlwerk Gebäcker und da führt uns der Weg zunächst über die Krefelder Promenade immer an der Bahn entlang bis hin zum Forstwald. Da kommen wir dann auch auf den Willicher Alleenradweg. Wir kommen dann zum Haus Hülsdong mit dem Flötbach. Wunderschön, ein alter Bauernhof. Das ist der Reiz des Niederrheins. Da fahren wir dann beim Haus Hülsdong nach einer kleinen Pause weiter in Richtung Willich. Es gibt da eine sogenannte Spirale. Man wird als Radfahrer über die Straße geleitet und wir kommen runter in den Sportpark von Willich mit wunderbaren Picknickmöglichkeiten. Wasser sehen fantastisch. Sie werden sich wohlfühlen. Und dann über das Fischlner Bruch wieder zurück auf dem Necklenbeuker Weg. Eine der schönsten Fahrradachsen Krefelds in die Stadt von Fischln. Und wer dann noch Appetit hat, der kann gerne über das Internet diese GPX Route runterladen und das gerne noch mal nachvollziehen. Dann binnen. Untertitelung des ZDF, 2020